Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht keine Ahnung. Ich liebe diesen Slick. Okay, das ist irgendeine andere, oder? Also haben wir die Karten völlig durcheinander. Es wäre schon krass, wenn ich die finden würde. Was aber noch krasser wäre, wenn ich die Karte an einen komplett unmöglichen Ort kriegen würde, wo sie einfach nicht sein kann. In meiner Hosentasche. In meiner Hosentasche? Wäre das geil oder wäre es aber noch nicht so geil? Ich hab das gesehen. Du hast das gesehen, aber ich hab sie tatsächlich nicht in meiner Hosentasche. Nein, wo soll sie sein? Ich hab sie tatsächlich nicht. Warte, wir fragen mal. Hey du! Komm mal. Achtung, wir nehmen uns einfach den hier. Und schauen in seiner Cap. What the fuck? Und der gehört auch null zu uns. Der gehört auch null zu uns. Der gehört auch null zu uns. Danke. So krass kann ich das gar nicht. Echt hart. Der ist nice. Die sind nicht vollständig. Okay. Der ist kein Problem. Okay. Magic Corner. In der Corner. Es ist wirklich ein Magic Trigger. Wow. Das ist echt saugut für Kinder. Hi! Was geht ab? Hier wird gerade Video gedreht, Zauber getrickt. Foto? Ja. Für dich mach Foto mit dem du machst. Okay. Ah, mein Bad. Der Bau der muss nur noch nach oben gucken. Wenn du das hinkst, dann nicht schlecht. Aber hau mal weiter. Also musst du schön von oben schießen. Richtig weiter nach oben. Ja. Das ist krass. Wenn du irgendwo in die Mitte stecken kannst. Wächst hin. Wächst hin. Wächst hin. Wächst hin. Bauter Ton. Einmal nach oben. Bäh. Schau mal hoch. Aber. Ich check euch alle nicht. Nein. Wo kann das jeder. Das ist ja. Ja, Mann. Passt. Alright. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Alles klappt. Und alles was du machen musst, ist der Karte folgen. Okay. Und nicht blinzen. Okay. Schieb sie rein. Okay. Bam. Biss die ganz oben. Fuck. Und man lernt vielleicht noch einmal. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Sorry. Ich hab keine Ahnung. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Hau rein. Ich liebe diesen Trick. Hau rein. Hau rein. Ja Leute, für die Endcard habe ich mir mal so ein cooles Vlog-Ding hier geliehen, würde ich sowas zwar nie machen, aber scheißegal, naja, es war auf jeden Fall ein nice Tag auf der Gamescom, dabei hatten wir mit Chris und Marcin, hat es euch gefallen? Ja, ja, war richtig geil, war richtig geil, naja, also dann würde ich sagen, schaut bei den beiden Boys auch vorbei, Links alles in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Video, was dann die Videodays werden, ciao!